Musik Wir sind die Evangelische Kindertagesstätte Nordheim. Wir sind eine offene Einrichtung mit Stammgruppen von 18 Monaten bis zum Schuleintritt, die ständig an ihrer Qualität arbeitet und bereits schon mehrfach seit 2009 mit dem Beta-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Bei uns basieren alle Abläufe, Strukturen sowie die Gestaltung der Funktionsräume und Lernwerkstätten auf dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan sowie auf dem Konzept des gut gelebten Alltags. Vor allem die Bedürfnisse der Kinder spiegeln sich darin wider. Wichtig bei uns ist, jedes Kind wird gesehen und angenommen und ist willkommen. Schon früh morgens wird bei uns deutlich, dass Kommunikation ein wichtiger Bestandteil in unserem Alltag ist. Jedes Kind wird begrüßt und meldet sich mit seiner Stammgruppe an. Bei uns finden Sie eine Wohlfühlatmosphäre für groß und klein. Uns ist ein gutes Vertrauensverhältnis zu Eltern und Kindern wichtig. Die Eingewöhnung findet individuell statt und orientiert sich am Tempo des Kindes. Bereits von Anfang an sprechen wir uns kontinuierlich mit den Eltern ab. Auch wenn es eine Bezugsfachkraft für jedes Kind gibt, sind alle Mitarbeitenden im Team für Sie jederzeit ansprechbar und nehmen sich Ihre Anliegen an. Während der ganzen Kita-Zeit finden weiterhin regelmäßig Entwicklungsgespräche sowie Gespräche im Alltag statt. Unsere Kita-App hält Sie papierlos auf dem Laufenden. Sie haben jederzeit abrufbar alle Infos und Termine auf dem Handy. Mit nur einem Klick können Sie Ihr Kind abwesend melden oder sich beispielsweise für den Elternabend eintragen. Um den Kindern Entwicklungs- und Lernchancen zu ermöglichen, geben wir ihnen Geborgenheit, Zuwendung, Verlässlichkeit, Wertschätzung ihrer Persönlichkeit und Individualität. Nur wenn Kinder sich wirklich wohlfühlen und angenommen wissen, entwickeln sie sich weiter. Dazu gehört auch, dass wir sie regelmäßig beobachten und in Lerngeschichten festhalten, wie sie lernen und was sie dafür brauchen. Dies ermöglicht uns, aus den Beobachtungen heraus Bildungsangebote zu entwickeln, die unsere festen Lerngemeinschaften im Alltag, zum Beispiel religionspädagogische Angebote, Wandergruppe, Psychomotorik, Mädchen AG, Vorschulgruppe, Außerhaustag und vieles mehr ergänzen. Die Kinderrechte, unter anderem das Recht auf Beteiligung, sind uns wichtig. Wir geben den Kindern viel Verantwortung, entwicklungsangemessene Entscheidungen für sich und für andere zu treffen. Wir sind ein engagiertes Team mit vielen Talenten, das sich stetig weiterentwickelt. So haben wir zertifizierte Fachkräfte für Religionspädagogik, sprachliche Bildung und Sprachförderung, Inklusion, Kinder unter drei, Psychomotorik, Resilienztrainer und sind auch selbst als Dozentinnen in der Fort- und Weiterbildung tätig. Haben Sie Fragen oder möchten sich die Einrichtung persönlich anschauen, rufen Sie gerne an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen uns! 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 Wir freuen uns!